Das Maison du Tisserand ist ein Haus in Doncherie in Frankreich, in dem die historische Begegnung zwischen Bismarck und Napoleon III. am 2. September 1870 stattfand. Geschichte Am 2. September 1870 nach der Schlacht bei Sedan trafen sich in einem Weberhäuschen in Doncherie Napoleon III. und Otto von Bismarck. Napoleon hatte um 8 Uhr Sedan verlassen, um sich mit dem preußischen König zu besprechen, den er in Doncherie vermutete. Bismarck, dem man den Vorfall gemeldet hatte, empfing Napoleon am Ortseingang. Zusammen begaben sie sich in das ärmliche Haus eines Webers an der Durchgangsstraße, unweit von Doncherie. In der Annahme, dass der Kaiser beabsichtige, die Kapitulationsbedingungen zu mildern, verweigerte Bismarck ihm die Unterredung mit dem preußischen König in Wendresse, bis die Kapitulationsurkunde unterzeichnet sei. Um 10.30 Uhr wurde Napoleon III. nach Fresnois in Chateau de Bellevue gebracht. Hier wurde eine Stunde später die Kapitulation in Anwesenheit der beiden Monarchen unterzeichnet. Bismarcks Schilderung der Ereignisse Trivia Bismarck hat von der Begegnung mit dem Kaiser den Stuhl an sich genommen, auf dem der französische Monarch Platz genommen hatte. Dieses Möbel ist noch heute im Bismarck Museum Friedrichsruhe zu besichtigen.